Studis aufgepasst! Es gibt gute Neuigkeiten für alle, die jetzt zum Wintersemester ins Studium starten oder aus den Semesterferien zurückkommen. Was das heißt, jetzt bei Free Facts von der Fraktion der Freien Demokraten. Straight out of Bundestag. Wir haben für euch einiges geändert. Erstens. Der Grundfreibetrag beim BAföG wird auf 475 Euro angehoben und der Wohnkostenzuschlag steigt auf 380 Euro. Zweitens. Der BAföG-Höchstsatz erhöht sich von 812 auf 855 Euro und die Elternfreibeträge steigen um weitere 5,25 Prozent. Eure Eltern können also mehr verdienen, ohne dass ihr vom BAföG ausgeschlossen werdet. Drittens. Außerdem gibt es eine Starthilfe von 1000 Euro für Studis aus benachteiligten Verhältnissen. Zum Beispiel für Laptops, Bücher oder für Wohnungseinrichtungen. Viertens. Und anstatt euch in Zettelwirtschaft zu verlieren, könnt ihr auch einfach eure Unterlagen per BAföG. App ans Amt senden. Fünftens. Und zu guter Letzt. Falls ihr eure Fachrichtung wechseln wollt, habt ihr dazu nun auch mehr Zeit. Und damit viel Erfolg für euer Studium an alle Erstis.